Ja, meine Lieben, wir sind jetzt hier Richtung Markt, hier am Inn. Christian unterhält sich gerade mit jemandem, einem Musiker. Ja, und jetzt wollen wir uns das Papsthaus anschauen, also vom Papst Benedikt. Und sind jetzt hier, sitzen in Zug, mein Christian quatscht gerade. Ich zoome mal hier ran, sehe was besser und ja, genau. Und dann bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, wie es jetzt wird. Die Sonne scheint Gott sei Dank, naja, jetzt scheint sie gerade nicht, aber eben hat sie noch ein bisschen geschienen. Und jetzt fahren wir halt eben, ja, wie lange brauchen wir noch Christian? Der redet wieder und ich so, Christian ist doof. Okay, das hat er auch nicht gehört. Super. Ja, genau, ich bin immer so abgelenkt, genau, hallo Christian. Ich halte mich ja gerade. Ja, genau, deswegen, du wirst nicht mitgemächtig ein Abhauerheim nicht. Genau. Am besten müssen wir raus, ne? Achso, okay, gut. Dann werde ich jetzt das Video gleich jetzt mal beenden, ne? Weil wir müssen, wir müssen jetzt raus. Na, eine Minute, okay. Gut, Leute, wir müssen jetzt raus. Bis dahin, tschüssi. Bis dahin. Vielen Dank.